Hallo, sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es darum, wie man Eigenwerte und Eigenvektoren einer Matrix berechnen kann. Wir gehen das wirklich Schritt für Schritt an dieser Matrix hier durch und schauen uns erstmal an, wie die Übersicht dazu wäre, Eigenwerte zu finden. Denn ohne Eigenwerte können wir gar keine Eigenvektoren finden. Deswegen Eigenwerte als allererstes. Erster Schritt, bilde A minus Lambda mal I. Was bedeutet das? A ist unsere Matrix, die wir am Anfang gegeben haben und jetzt sollen wir noch minus Lambda mal I rechnen. Das sagt einfach folgendes, dass wir von der Diagonalen immer Lambda abziehen. Also hier schreiben wir minus Lambda hin, hier minus Lambda und hier minus Lambda und dann ist das nicht mehr die Matrix A, sondern das ist dann die Matrix A minus Lambda mal I. Also der erste Schritt ist noch ganz easy. Einfach überall Lambda abziehen. Okay, das war Schritt 1. Check. Schritt 2. Berechne jetzt die Determinante von dieser neuen Matrix. Okay, schauen wir mal. Die sieht jetzt so aus. Wir sollen die Determinante davon berechnen. Das ist eine 3x3 Matrix. Da können wir das Ganze mit der Regel von Cyrus machen. Da hilft es uns ja, dass wir die ersten beiden Spalten einfach nochmal hinten dran schreiben. Dann muss man nämlich nicht so viel im Kopf machen. Und jetzt passiert ja folgendes, dass wir die Diagonalen miteinander multiplizieren und die dann zusammenrechnen. Und dasselbe macht man dann unten mit den Diagonalen. Die werden miteinander multipliziert, aber voneinander abgezogen. Gehen wir es einfach mal durch. Die erste Diagonale wäre 1 minus Lambda, schön in Klammern, multipliziert mit 3 minus Lambda, multipliziert mit 1 minus Lambda. Dann kommt ein Plus. Jetzt kommt die zweite Diagonale. 2 mal 0 mal minus 1. Da ist eine 0 drin in der Diagonale, dann wird das Ding 0. Dann plus die nächste Diagonale. Minus 1 mal 0 mal 2 ist auch eine 0. Dann kommt eben nichts dazu. Okay, es kommt kein Plus mehr dazu. Schauen wir mal, was wir abziehen. Jetzt kommen die grünen Diagonalen. Minus 1 mal 3 minus Lambda mal minus 1. Dann kommt wieder ein Minus. Die nächste Diagonale. 2 mal 0 mal das. Da ist eine 0 drin, da passiert nichts. Nächstes Minus. Da ist auch eine 0 drin, also wird doch nichts mehr abgezogen. Gut, das ist schon unsere Determinante. Mit der müssen wir aber weiterrechnen und deswegen würde man die jetzt noch ein bisschen vereinfachen. Schauen wir uns das mal auf der nächsten Seite an, was wir da machen können. Da steht sie wieder. Kommt jetzt nicht auf die Idee, diese Klammern hier auszumultiplizieren, denn der dritte Schritt gleich wird sein, dass wir die Nullstelle von diesem Ausdruck hier finden müssen und das wäre dann sehr unangenehm. Deswegen schaut lieber, ob ihr Dinge ausklammern könnt. Und hier sehen wir ganz schön, dass dieses 3 minus Lambda in beiden Teilen von dieser Differenz hier drin ist und deswegen können wir das ausklammern. 3 minus Lambda kommt also raus. Was bleibt übrig? Hier vorne hätten wir 1 minus Lambda mal 1 minus Lambda. Okay, das können wir direkt schon mal zu 1 minus Lambda zum Quadrat zusammenschreiben. Und hier hinten hätten wir minus 1 mal minus 1 übrig. Das ist dann nur 1. Dann werden wir in der Klammer das mal ein bisschen vereinfachen. Hier wäre es die zweite binomische Formel. 1 zum Quadrat ist 1 minus 2 mal 1 mal Lambda sind 2 Lambda plus Lambda zum Quadrat. Und dann hinten dran noch die minus 1. Jetzt haben wir es gleich, dass wir hier zumindest mal ein bisschen was vereinfachen können. 1 minus 1 hebt sich nämlich raus. Und dann steht da eigentlich nur noch minus 2 Lambda plus Lambda Quadrat. Okay, da könnten wir eigentlich schon mal direkt in einem Schritt noch alles rausziehen, was irgendwie geht. Lambda ist in beiden Teilen drin. Dann ziehen wir doch Lambda mal aus der Klammer raus. Dann würde da stehen minus 2 plus Lambda. Das wäre das, wenn wir Lambda dann hier noch ausklammern, was übrig bleibt. Und das ist eine super schön faktorisierte Form von dieser Determinante. Also was wir gerade berechnet haben, um uns das nochmal zurück ins Gedächtnis zu rufen, war die Determinante zu berechnen. Und die haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir nämlich wie angekündigt die Nullstellen von dieser Determinante berechnen. Deswegen schnappen wir uns unseren Ausdruck. Den habe ich jetzt einfach nur das Lambda nach vorne gezogen. Hier stand bei uns minus 2 plus Lambda. Das könnt ihr auch noch rumdrehen zu Lambda minus 2. Dann ist das ein bisschen schöner. Gleich 0. Und dieses Produkt lässt sich sehr schön nach 0 auflösen, denn wir können jeden Part einzeln betrachten. Denn entweder Lambda muss nämlich 0 sein. Dann haben wir schon mal unseren ersten Eigenwert gefunden. Oder Lambda minus 2 muss 0 sein. Wenn wir plus 2 rechnen, finden wir Lambda gleich 2 als zweiten Eigenwert. Oder hier hinten die 3 minus Lambda muss 0 sein. Wenn wir plus Lambda rechnen, steht da Lambda gleich 3. Und wir haben unseren dritten Eigenwert gefunden. Das sind jetzt Eigenwerte. Wenn ihr wirklich nur Eigenwerte gesucht habt, dann habt ihr sie jetzt gefunden. Um jetzt noch Eigenvektoren zu finden, da geht man folgende Liste ab. Eigenvektoren von unserer Matrix A, Teil 1. Finde alle Eigenwerte. Lambda, das haben wir. Da stehen sie nochmal. Den Schritt haben wir schon. Und jetzt im zweiten Schritt müssen wir A minus Lambda mal I berechnen. Aber für das Lambda setzen wir jetzt einen Eigenwert ein. Wir nehmen mal als allererstes 0. Man muss das jetzt also für jeden Eigenwert einzeln berechnen. Und dann auch den letzten Schritt für jeden Eigenwert einzeln machen. Also das ist jetzt schon noch ein bisschen was, was man da vor sich hat. Wir machen mal alles mit Lambda gleich 0. Wir bilden jetzt also A minus 0 mal I. Schauen wir uns das ganz kurz an. Das hier war diese A minus Lambda I Matrix. Und Lambda gleich 0, damit machen wir jetzt alles. Das bedeutet, für Lambda setzen wir eben 0 ein und rechnen das aus. Also es ändern sich nur Werte auf der Diagonalen. Dann steht hier 1, 3 und 1, wenn man das dann berechnet. Die anderen Werte bleiben unverändert. Das wäre diese neue Matrix, die wir brauchen. Was machen wir mit der jetzt? Das ist der dritte Schritt. Löse jetzt mit dieser neuen Matrix, die wir gerade eben hatten, dieses Gleichungssystem hier. Also ein Gleichungssystem in Matrix-Schreibweise würde bedeuten, wir haben jetzt hier unsere neue Matrix, die wir eben gebildet haben, wo wir auf der Hauptdiagonalen dieses Lambda abgezogen haben. Und dann kommt ein Strich hin und 0, 0, 0. Dieses Gleichungssystem muss man jetzt lösen. Wie können wir das machen? Naja, wir müssen dafür sorgen, dass hier unten überall Nullen stehen. Da, da und da. Hier steht schon eine. Das ist praktisch. Hier steht noch keine. Wir kriegen aber eine dahin, wenn wir das, also es ist jetzt der Gauss-Algorithmus, da unten kriegen wir eine 0 hin, indem wir die erste Zeile zur dritten dazu addieren. Dann haben wir hier nämlich 1 plus minus 1 und das ergibt dann da unten 0. Also die erste ändert sich nicht, die zweite ändert sich auch nicht, weil sie schon gut so ist, wie sie da steht. Und jetzt machen wir unsere Berechnung. 1 plus minus 1 ist 0. 2 plus 2 sind 4 minus 1 plus 1 sind 0. Und 0 plus 0 sind 0. Okay. Dann haben wir es schon mal geschafft, dass hier eine 0 steht. Jetzt müssen wir noch hier eine 0 hinbekommen. Und das würden wir jetzt aber mit der zweiten und dritten verrechnen. Wir könnten die Zahlen miteinander multiplizieren. Also die zweite Zeile können wir mit der Zahl hier unten multiplizieren. Und dann minus die dritte Zeile mit der anderen Zahl multiplizieren. Dann passiert nämlich folgendes. Alle anderen Zeilen bleiben unverändert. Und ihr schreibt die einfach nochmal so ab. Nur die letzte Zeile wird jetzt abgeändert mit dem da. Zweite Zeile. Also 0 mal 4 sind 0 minus 0 mal 3 sind immer noch 0. Nächstes. 3 mal 4 minus 4 mal 3 sind auch 0. Also 12 minus 12 sind 0. Wir wollten da ja eine 0 hinhaben. Also es ist gut. 0 mal 4 ist 0. Minus 0 mal 3 sind auch 0. Und hier ist auch 0 und 0. Da bleibt dann 0. Okay. Unser Gleichungssystem ist in Zeilenstufenform. Das haben wir so gebraucht. Und jetzt schauen wir, was wir aus dem Gleichungssystem rausfinden können. Wir lesen aus der dritten Zeile was ab. Da steht 0 gleich 0. Na super. Keine Information. Ist aber nicht schlimm. Das sagt uns jetzt einfach nur, dass von dem x, y und z, dass das z frei wählbar ist. Also wenn eine Zeile weg hüpft, also wenn da wirklich eine Nullzeile draus wird, dann wissen wir zumindest mal, z ist frei wählbar. Okay. Also für z kriegen wir keinen Wert raus. Dann schauen wir mal an der zweiten Zeile. Da steht, also die erste Zeile steht ja für x, die zweite für y und die dritte für z. Die erste, die Spalten. Dann haben wir hier 3y gleich, auf der anderen Seite steht 0. Gut, können wir durch drei teilen. y gleich 0 kriegen wir raus. Dann haben wir zumindest mal was für y. Und in der ersten Zeile steht dann 1x plus 2y. Unser y ist 0, also plus 0. Und hier dann minus 1z, also minus z und gleich 0. Wenn wir das nach x auflösen, steht da x gleich z. Damit wäre die Lösung unseres Gleichungssystems hier folgende. x haben wir rausgefunden, das ist z. Unser y ist 0. Und unser z ist auch frei wählbar, also z ist z. Da ändert sich nichts dran. Das wären die Lösungen für unser Gleichungssystem hier. Das sind unendlich viele Vektoren, die hier in Frage kommen. Und ihr könnt für z jetzt einfach irgendwas wählen. Ihr könnt z.B. für z gleich 1 wählen und dann einsetzen. Dann hätten wir 1, 0 und 1. Und das wäre ein Eigenvektor zu dem Eigenwert von Lambda gleich 0. Alle Eigenvektoren haben, also die allgemeine Form wäre das da, z0z. Für z kann man alles Mögliche dann einsetzen. Ihr könnt z auch umbenennen, wenn ihr wollt, zu a machen. Das macht man normalerweise, weil z halt eben schon als Variable belegt ist. Aber ihr könnt für z auch einfach was einsetzen. Dann habt ihr einen ganz speziellen Eigenvektor, nämlich 1, 0, 1. Das ist der Eigenvektor oder ein Eigenvektor zu diesem Eigenwert Lambda gleich 0. Und das, was wir jetzt gerade gemacht haben alles, das müsst ihr mit jedem Eigenwert durchgehen. Bedeutet, wenn wir zurück auf unsere Liste gehen, den ersten Eigenwert haben wir das ganze Prinzip jetzt noch mit Lambda gleich 2. Bedeutet, wir ziehen auf der Hauptdiagonalen eben 2 ab, dieses Mal. Also minus 2, minus 2, minus 2. Rechnet das einfach aus. Und das ist dann die Matrix, mit dem ihr alles weitere macht, nämlich dieses Gleichungssystem lösen. Und dann bekommt ihr nochmal Eigenvektoren raus. Und die Lösung gebe ich euch jetzt hier. Ihr bekommt, also wir sehen gerade hier nochmal beim Eigenwert 0, haben wir den Vektor 1, 0, 1. Immer mit diesem a mal 1, 0, 1 oder z hatten wir da ja, z mal 1, 0, 1, 1, 0, 1. Bei dem anderen Eigenwert bekommen wir den Eigenvektor. Und bei dem dritten bekommen wir dann den hier. Testet das mal aus, ob ihr auf die anderen beiden kommt. Würde mich sehr interessieren. Dann hoffe ich, dass das Video euch geholfen hat und dass wir uns bei dem nächsten sehen. Macht's gut!